Bei einem außerirdischen Volk, den Boofs, lebt ein einsamer Kerl namens O. Hallo! Der nur versucht, sich anzupassen. Ich bin Superstar in Boof-Technologie. Oh oh. Doch jetzt... Verhaftet den Boof! ...braucht er einen Ort, wo er sich verstecken kann. Ah! Ah! Kann ich kommen ins Raus jetzt? Nein! Aber doch, ich kann. Du dafür nur weg musst nehmen, das Stück Holz. März 2015. Meine Freundin nennt mich Tipp. Ich bin O. Oh? Ich wurde diesen Namen gegeben von meinen vielen, vielen Freunden. Morgen! Hi Leute! Hallo! Von DreamWorks Animation. Was hast du mit meinem Auto gemacht? Es kann jetzt schweben viel besser. Mein Auto ist verkeimseucht. Das ist mein Haustier. Na du, es vibriert. Wird es gleich explodieren? Er ist auf der Flucht. Warum suchen die dich? Ich habe ein paar Fehler gemacht. Was, 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 was? Ups. Er sitzt in der Patsche. Was tut passieren mit meinem Körper? Das nennt man Tanzen. Boofs machen nicht Tanzen. Klar, das sehe ich. Wie lange bis mich das tötet? Und er versucht, gut anzukommen. Du bist ein miserabler Fahrer. Von den Machern von D. Croods und Drachenzähmen leicht gemacht. Hast du wirklich gedacht, du könntest entkommen? Sie wollen alles zerstören hier. Wir geben nicht auf. Na komm. Er verändert ihren Planeten. Aktiviere Selbstzerstörung. Nein. Sie verändert seine Welt. Bei Boofs, ich nicht passe rein. Niemand ist perfekt. Deine Fehler machen dich menschlich. Gut, Pippi-Pause. Ich auch muss pausen für Pippi. Ja, mich essen die blauen Bonbons. Zum Glück, da ist eine große Schüssel Limonade. Nicht trinken die Limonade. DreamWorks Home. Ein smektakulärer Trip. Ja, oh nein. Was machen meine Hände? Das nimmt gar kein Ende. Das nimmt gar kein Ende. Das nimmt gar kein Ende. Das nimmt gar kein Ende.